Musik Hi ihr Lieben, wir sind es die Mädels von der Band Artefakt. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu den zweiten Artefakten. Erst einmal ein ganz großes Dankeschön an euch für 100 Likes. Bleibt am Ball, macht weiter so. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für euer positives Feedback und alles, was wir so von euch bekommen haben. Obwohl wir noch gar keine Musik online haben. Aber das kommt ja bald. Und dann habt ihr auch endlich mal was auf die Ohren. Es gab zwar noch nichts zu hören, aber es gab schon eine Menge zu sehen. Wer unser erstes Making-off noch nicht gesehen hat von den Studioaufnahmen, das könnt ihr nachholen und dazu einfach hier klicken. Am 13.12. werden wir auch ein zweites Making-off noch veröffentlichen, was wir euch natürlich nicht vorenteilen wollen. Abonniert einfach den YouTube-Kanal von Artefakt und bleibt am Ball. Ja Leute, und was natürlich jetzt auch weit auf dem Plan steht, wir drehen ein Video. Weil ihr euch ja bestimmt fragt, wann ist es denn soweit? Am 6. und 7.12. meine Freunde, da drehen wir unser Video zu dem Song. Sollen wir das schon verraten? Zu welchem Song? Nein, verraten wir nicht. Wir wollen, dass wir noch interessant bleiben. Spannungskurve ist gerade am Anfang. Spannungskurve, die ist gerade hier. Wir verraten es nicht. Also müsst ihr noch ein bisschen dranbleiben bei uns. Bleibt einfach an dem Tag selber. Am besten vor eurem Handy. Klebt euch euer Handy direkt an die Hand dran. Wir werden so richtig abposten an dem Tag. Abposten? Abposten! Wir werden richtig abposten, ja. Das wird richtig abgehen. Und wir werden so viele exklusive Sachen raushauen an dem Tag von den Videodrehtagen. Und da freuen wir uns schon richtig drauf. Und das wird von morgens bis nachts gehen, Leute. Also 24-Stunden-Marathon mit Artifact am 6. und 7. und 12. Also 48 Stunden, wenn ihr gerechnet habt. Wir, würde ich sagen, wir gehen jetzt den Prosecco trinken, Mädels, oder? Auf jeden Fall. Okay, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.